Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Ja, was? Penis. Kann mich eben gerne haben. Ja, hallo. Hallo, wie geht's? Hallo. Hi, Tobi. Ich bin Tobi. Na, Dennis, wie geht's? Gut, und dir? Riech mal, Tobi. Zweitmoderieren? Ein. Ja. Hallo, Walle. Hallo, guten Tag. Wie geht's euch? Hallo, Dehner. Hey, hello. Ich bin ein Little Soul, ne? Hallo, äh, Benni. Hallo. Hallo. Benni. Bereit, übrigens. Und, hallo, äh, ach, wen hab ich denn da vergessen nochmal? Ähm, Tobi, weißt du das? Nee, ich weiß nicht, wen du meinst. Ähm, Herr, ähm, ach, Herr Currywurst. Hallo. Kenn ich nicht. Ist mir auch nicht bekannt. Ja, wir spielen Last Team Standing. Den hab ich heute auch gegessen, tatsächlich. Danke, tatsächlich. Das war sehr lecker. Iiii. Du bist dein Gaumenschmaus. Also, Last Team Standing war ja das, wo man nur ein Leben hat, ne? Genau. Oh, ja. Okay, ist gut. Und ich hab das ja wieder mehrere Runden, ne? Ach ja, stimmt. Oh, das war geil, ja. Ja, Tobi. Also, jetzt müsst ihr in den Kommentaren eure Tipps abgeben. Äh, ich weiß gar nicht, wer mein Team ist. Jetzt haben wir ja so einen Scheiß wieder gequatscht. Also, der Tobi, der Tobi, der, äh, Sarraza und der Dehner in einem Team und der Benni, Currywurst und das, äh, und der, der Benni, ne, der Benni, der Herr Currywurst und meine Benni. Ja, das ist kein Team. Buchstaben, schwierig, ne? Buchstaben. Sehr gut. Sehr gut, Alter. Oh, guck mal, da ist einer. Pass auf, Curry, da hat uns einer umfahren. Guck mal hinter uns. Ja, ja. Mach du mal. Ich wollte nur das Auto ausprobieren. Mach du mal. Ja, 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 ja. Ja, und, äh, ganz kurz, äh, zum Last Team Standing erklärt. Es ist so, dass man hier, äh, ein Leben hat und das Team, welches, äh, mit den meisten Leuten am Schluss, beziehungsweise welches Team, welches das andere ausgeschaltet hat, hat gewonnen. So, das ist hier ungefähr das Spielprinzip. Sehr schön erklärt. Ja, aber ihr seht schon, das hier ist gar nicht so einfach. Kurz und mündig hat der Dennis das gemacht. Ja, aber wo sind die denn? Die sind unter uns. Ja, die sind über uns, oder unter uns, ja? Ja, unter oder über uns. Eigentlich, oh, da ist ein Dehner. Habt ihr einen? Tschüss. Unter uns läuft er immer auf RTL. Da hinten steht einer, guck mal. Der Sarrazar. Ne, das war gar nicht der Sarrazar. Hä? Da ist einer. Ha! Nein! Brems, ich hab den Dennis weggeballert. Sehr schön. Du hast den falschen Typen erwischt. Was? Was, Benni? Benni, was? Komm doch. Benni! Rasse der ist Maus, der Dennis. Du warst zwar gar nicht, aber hast recht. Ja, ja, ja. Heißt nicht Dennis. Der ist da drin. Das war knapp. Scheiß nicht Dennis. Wir haben uns beide weggeschossen. Du hast mich auch weggeschossen. Benni, 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 Benni. Du bist der Mann mit mehr Skill, Benni. Entschuldigung, Valle, ich liebe dich trotzdem. Benni, 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 Benni. Kommt Benni. Oh, Benni. Scheiße. Yeah. So ein krampes Ding. Ja, schön, Benni. Fuck. Wie viel Leben hast du noch, Benni? Boah. Nicht viel. So ein Viertel vielleicht. Ich werde dein Bild ausdrucken und über mein Bett hängen. Echt? Warum redest du so komisch? Spannende Nummer, wie viele Runden gibt es denn davon? Warum redest du denn komisch? Weiß ich nicht. Sag mal Schlagsahne. Schlagsahne. Immer drei Runden. Flotter Dreier. I'll drive to summon. Kennst du das? I'll drive to summon. Die drei beiden, kennst du das? Von Giga damals? Weiter geht's. Die neue Wunde beginnt. Und jetzt so. Benni, mach einfach so weiter wie vorher. Okay, weiter geht's. Benni, nein. Benni, 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 Benni. Benni, so voll die dicken Eier, ey. Ich will mal gerne wissen, ob der Benni mal wieder bei Benni war. Sollen wir nicht mal zusammenbleiben, irgendwie? Ja. Benni. Ja, Dennis, das geht nicht. Ja, gut. Wo ist denn die Waffe? Ist die oben? Der Tobi, der rusht. Der Tobi, der rusht. Ich bin COD-Zocker, Alter. Der rusht, ihr voll deutsch. Hä? Ich bin Deutscher. Die ist eine Etage höher. Die ist eine Etage höher. Meine? Ich bin Deutscher. Das ist doch eigentlich nur der Goebbelser, sagen. Ich hab das wegen Russia und so. Was habt ihr denn gleich für Probleme? Alter, was bedeutet das? Lasst euch nicht überfahren. Vorsicht, hier kommt einer. Da kommt jetzt einer um die Ecke. Da kommt einer um die Ecke. Oh, da oben. Unten. Ne, links. Siehst du da? Ach, da, ja. Dennis, pass auf. Pass auf, Dennis. Kacke. Ja. Da ist das Zivi. Wo ist der? Ich mach's dir nicht aus. Ich auch nicht. Da unten, da unten ist jemand. Der ist unten, unten. Okay. Easy go. Oh nein, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns hockt jemand. Come in! Tobi! Oh, das kipps nicht, Alter. Ich konnte nicht alles sehen. Alter. Komm, kuscheln, Schnucki. Der Curry, ey. Der Vogel mit seiner Stimme. Oh, nein, 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 nein. Von wo? Ah, da. Hinter uns, von hinter uns, von hinter uns. Komm, komm mit. Da hinten muss einer sein. Achso, das ist der Curry, der ist hart drauf. Was bin ich? Bitte, bitte was? Hart drauf. Eine harte Wurst. Scheiße. Benni. Vorsicht. Der kann hier nicht sein. Nein, irgendwo ist eine Treppe. Resser. Geh weg. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ja, der Curry hat mich. Der hat die bessere Waffe. Achtung. Curry hat auch Karnböne. Jetzt haben wir dich gleich, Dena. Oh Gott, ja, ich hab keinen Leber. Schere, Stein, Papier. Dena. Nein, jawohl. Sauber, Dena. Super. Auf den Kopf, der hat fast keinen Leber. Auf den Kopf. Wo ist der denn? Sehr schön. Ist da unten, unten, Leute. Unten. Dena hat einen Heli. Ich bin unten. Benni, genau. Benni. Vorsicht, rest er erst mal. Er rest er erst mal. Benni, pass auf, was er auch bei dir. Hau. Hau. Nice. Yes. Mann, der hat irgendwie... Zwei zu Null. Zwei zu Null. Wann seid ihr denn beide gestorben? Ja, gerade jetzt. Das ging ganz schnell. Ich hab den Curry getroffen, er hat mich getroffen, er hat mich leider mit der Waffe ein bisschen öfter getroffen. Weißt du, Curry... Dann lag ich da und dann hast du den Curry umgenutzt. Was denn, Tobi? Curry, du hast Orkanböden im Mund, Alter. Das war nix. Danke, Tobi. Das war nix. Werde ich mir merken. Ich konnte das noch nicht anbieten. Jetzt schlagen wir zurück, jetzt schlagen wir zurück, Freunde. Ja, ihr müsst jetzt drei Punkte machen. Also 30 hintereinander. Alle drei Runden gewinnen jetzt. Also pass auf, das erste, was wir machen, ist uns auf die Waffen zu beziehen. Das zweite, was wir machen, ist zusammen zu bleiben. Okay. Finde ich auch gut. Natürlich clever, das uns auch mitzuteilen. Ja, natürlich. Wollen wir ein Selfie machen am Startpunkt, Walle? Ja, machen wir, komm, wir haben Zeit. Also wir müssen hier hoch. Los, los, los. Da hoch. Irgendwie auf die Brüstung kommen erst mal. Brüste? Alter, ich bin die ganze Zeit hier immer andauernd am Schleichen, weil ich das so gewöhnt bin von Far Cry. Aber schleichen ist gut, dann wirst du nicht auf dem Radar erkannt. Was? Komm mal da hoch? Komm mal nicht hoch, oder? Doch, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Also bei mir geht's hoch. Stimmt das, dass wenn man schleicht, man nicht auf dem Radar ist? Ja, aber du bist natürlich deutlich langsamer, ne? Kacke, Mann. Ne, echt? Kacke. Dennis, echt Dennis? Du lügst doch. Mö, durchaus. Ja, wenn du das meinst. Das ist durchaus möglich. Mö, Stocker-Creat-Challenge, oder? Ja, Mann. Bruder. Bruder. Pass auf, da kommt jemand. Ja, ja. Heiß, ich habe so viel Zeit verloren, damit hochzukommen. Fuck, und ich habe keine Waffe hier liegen. Die liegt irgendwie weiter oben, die Schrot, ne? Hallo, wer ist denn das da vorne? Renn doch nicht weg. Du mit deinem schönen Anzug. Achtung. Kommt doch alle her. Alter, du bist leider unter mir. Hier liegen echt zu wenig Waffen, ey. Curry, jetzt gibt's Rache, Alter. Ja, gibt's die? Boah! Jawoll! Ne. Alter, was hast du denn für eine Waffe? Ey, ich will immer, wenn ich getötet werde, leise sein, weil ich denke, das ist TTT. Ja, ne? Irgendwie schon. Alter, kommt mir mal jemand zu Hilfe, oder was? Ja, komm mal. Ey, was machst du da auch? Ich habe überhaupt schon Entdeckungen hier. Boah, was? Wie zur Hölle? Sehr schön, sehr schön, Dory. Alter, der hat mir von der Entfernung Headshot verpasst. Ja, Mann. Komm, leck mich doch, Curry, Alter. Curry, du bist scheiße. Tobi, Tobi, Tobi. Nein, hat der Curry uns beide jetzt geblättert. Ja, weißt du, der Curry ist ein anderer Schieter. Das ist das Problem, Alter. Oh, Mann. Ich könnte jetzt eh nicht machen, dass ihr... Oha! Nein! Nein! Aua! Benjamin, Elefant. Benni, 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 hör genau zu. Bitte. Der ist unten in der Garage. Wenn du jetzt weiterläufst, der kann dich dann da rausballern, weil da sind solche Öffnungen. Dass du bei Öffnungen lachst, war mir so klar, Curry, ne? Ich habe nicht gelacht, ich habe geatmet laut. Genau. Oh, nicht hier, Benni! Benni, Benni, Benni! Hä, wo schickst du denn hin? Der ist ja doch gar nicht. Ist der da? Nein. Weiter links. Nee, ne? Weiter links, ne? Benni, schau mal. Okay, okay. Pass auf, warte, warte. Ah, die Waffen respawnen auch mit der Zeit, ne? Da genau ist er. Gut zu wissen. Pass auf, Benni, pass auf. Der kommt jetzt gleich um die Ecke, Benni. Das wird spannend. Benni, 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 Benni. Warte, warte, Benni. Hast gehört, Benni. Du hast Zeit. Lass deine Energie regenerieren, Benjamin. Du musst stehen bleiben, Benni. Bleib stehen. Oh, das ist echt cool jetzt gerade. Benni, du packst das. Benni, ich glaube an dich. Bleib einfach stehen. Stehen bleiben. Stehen bleiben, Benni. Benni, er kommt jetzt. Benni, warte. Aber Benni muss stehen bleiben, sonst regeneriert er sich nicht. Jetzt, Benni! Jetzt, Benni! Oh mein Gott! Bleib stehen, Benni! Ja, Benni! Benni, 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 Benni! Der hat ne Shotgun, geh ein bisschen weg, Benni. Auf Distanz hat er keine Chance. Pass auf, pass auf. Okay, er geht zurück. Nein, ich bleib hier. Jetzt wird er vom Auto überfahren. Lehn dich an, genau. Lehn dich an, genau. Lehn dich an, Benni. Ja, bitte? Benni geht auf die Straße und hörst ihn so. Boah, das ist jetzt ein spannendes Endmatch. Weißt du was? Wenn der kämpft, dann hole ich mir erstmal ne Waffe. Ja, sauber. Und Leben auffüllen, Benni, da vorne. Gute Idee. Alles oben. Da vorne, genau. Pass auf, vor den Autos. Aber du weißt, dass der Benni im gegnerischen Team ist, ne? Ich weiß. Du musst eigentlich den Dehner anfeuern. Ich weiß, ich beobachte ja auch den Felix. Achso, ich dachte, den Benni meint. Du musst auch Leben auffüllen. Oben ist die, Benni. Ne, ne, einmal außen rum. Also da, weiter. Den Benni kann ich ja nicht sehen. Der ist in dem Halbkreis. Nein, Benni, der Curry meint die Energie. Geh mal links, geh mal zurück, Benni. Links, genau. Und da musst du jetzt rechts rum. Weiter, 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 weiter. Hier in den Halbkreis ist er drin, genau. Pass auf, Benni, pass auf. Vor dir, vor dir, vor dir. Der kommt jetzt gleich vor. Aber hol das neben. Der will dich einkesseln, Benni. Der kommt von oben. Ja, ich weiß, ich weiß. Du bist der Mann, Benni. Du bist der Mann, Benni. Pass auf, pass auf, pass auf. Keiner mehr redet von den beiden, ne? Nur noch wir irgendwie. Das ist geschehen, Gott, ja. Pass auf, Benni. Pass auf, Benni. Wir sind voll und zentriert hier. Ja, Benni! Nein! Ja, geil, Dehner, du hast uns gerettet. Alter, richtig gut. Boah, Alter, Benni ist gut. Mann, ey. Der schlägt dann seine ganze Bude kaputt, oder was? Alter. Echt gut gemacht. Richtig gut gemacht. Alter, 3-0, der hat drei Dinger weg. Boah, der Felix hat mich aufgeräumt heute. Ey, der hat halt mich geübt, der Junge. Ja, es steht natürlich. Jetzt machen wir den Sack zu. Respekt, Respekt. 2-1, meine Damen und Herren. 2-1. Was will Benni mit seinem Sack machen? Der will den zu machen. Ach, ist bald Weihnachten, ne, Benni? Ja. Aber kurze Sache, wenn das Team von Sarraza und Dehner und natürlich vom Tobi, ja. Ja, du mich auch, Alter. Wenn die jetzt noch einen Punkt machen, das steht 2-2. Also das kann jetzt sogar noch, das kann jetzt sogar noch, das kann ja, fick dich, das kann jetzt sogar noch laufen, ja. Ja, theoretisch. Weißt du, Curry, wenn ich du wäre, ne, würde ich nicht das Maul aufmachen. Ich würde nur, ich sage nur FIFA. Besser nicht. Besser nicht. Was, FIFA? Wie oft der sich da verspricht. Weißt du, wie oft der sich da verspricht. Respekt, ich bin 12 Kilometer mehr abseits. Boah, ich muss dringend mal meinen Fernseher, glaube ich, ein bisschen herstellen. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es nicht zu dunkel. Verstellen, weil es ist echt zu dunkel eingestellt. Okay, rüber, Tobi, oder? Aber ich wollte mal kurz sagen. Nee, es ist zu doof, es ist doof, es ist doof. Wenn ich den Curry immer ärgere oder so, das ist natürlich nur Spaß. Außer mann Curry, natürlich. Da kommt einer, Walle. Da kommt einer. Aber, weil manche denken, ich meine das wirklich ernst. Ja, also, so, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich liebe den Curry doch. Wie kein anderer. Und den Tobi. Und dener vielleicht ein bisschen inzwischen. Wo? Ah, okay. Aber es ist unten, oder? Unten, mh. Ja, ja, ja. Die sind alle unten, ne? Die sind alle unten. Alles kleine Ratten in der Kanalisation. Das bin ich, Alter. Was war das denn? Was war das denn? Das war das denn, Curry. Hier ist scheiße. Ey, warum bin ich hier, Mann? Ja, komm mit hier. Vorsicht, von hinten. Die Ratten kommen da gleich rausgekrochen. Da vorne. Rechts. Rechts, rechts. Passt auf. Was? Alter, Benni. Sehr schön, Benni. Sehr schön, Benni. Das gibt es doch gar nicht, Alter. Ja, ja, Mensch. Der andere kommt, der andere kommt, der andere kommt. Weiter, 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 weiter. Ich bin, ähm, leicht angeschlagen. Hier, mal aus, mal aus, mal aus, mal aus, mal aus, schießen. Ah, komm. War wieder zu offensiv, Mann. Geh da hinter eine Säule, Curry. Boah, ich hätte mich jetzt aber beinahe auch gekillt. Dann ist er, ich habe ihn gesehen, dann habe ich ihn gesehen. Da, wo er auch gerade eben war. Yes. Beide fast down. Einer noch, einer noch. Komm, wir müssen ihn in die Zange nehmen. Ja, ja, ja. Geh drauf, geh drauf. Komm schon. Schieß auf die Deckung. Mach einen Plan. Hau einfach drauf. Gib ihm das alles mal ab. Mein kaputt. Yes. Ich musste gerade nachladen in dem Moment. Sieger. Jawohl. Sieger, 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 Sieger. Das war lauter. Das war lauter. Das war lauter Axt. Zumal ich auch nur den ersten Schuss hatte gerade. Fuck. War aber spannend, ey. Alter, Curry ist einfach der Headshot King. Da kannst du nichts machen, ey. Oh, yeah. 17.000. Wie sieht er da an? Da singe ich es da an. Schade, schade. Sehr schön, ey. Sehr schön. Sauber, Leute. Sehr schön. Ja, das macht Laune. Macht richtig Spaß, ne? Auf jeden Fall. Nee. Auf jeden Fall. Also, Tobi jetzt, ne? Also, 0 zu 1. Nee. Das war schon schlecht. Also, Tobi ist schlecht. Ich habe auch bewertet. Ich habe einen Daumen hoch gegeben. Also, guck mal, ist deine Bewertung da, oder nicht? Ach, nee, das ist ja, weil du... Okay, ich habe nicht gesagt. Das ist deine Bewertung. Ich dachte wirklich, das wäre deine Bewertung. Aber wir haben auch gut Cash gemacht. Alter, der hat 4.000 auf uns gewettet. Okay, also, ich war zu nichts zu gebrauchen, der Tobi zu überhaupt nichts und der Dämer war schon ganz gut. Aber trotzdem haben wir alle gut Geld gekriegt, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja zum Abschluss die Folge noch hier dieses Render machen, wenn ihr Bock habt. Ja, warum nicht? Voll doof, oder was? Voll doof, oder was? Full dance of swing. Nee, nicht full doof, das oben. Full dance of swing. Das andere ist ein Fahrradrennen. Nein, nein, nein. Ich habe es nicht genommen. Da stehen auch das oben drin. Das oben drin. Ein Fahrradrennen, wenn man noch keine Konditionen hat. Ihr seid doch echt bei Nauzen. Ja, dann würde ich nur sagen, rein in die Pedale. Ah, nee, hier gibt es auch Motorräder. Ah. Ja, können wir das. Wir machen ein normales Rennen. Ja, ganz normales jetzt. Whole Wakes oder was auch immer. Was? Wir müssen auf jeden Fall irgendwann... Machen wir eine kleine, flotte Nummer. GTA-Rennen machen. Ja, genau. Du und ich, wir zwei hier auf dem Motorraderhöhre. Wir kriegen die auf der Rückbank. 30 Spieler. Oh. Das sind 30 Spielerrennen theoretisch. Mach mal nur Ego-Perspektive. Doping aber immer. Benni will es wieder wissen. Nein, keine Ego-Perspektive. Also ich finde Motorradfahren mit Ego-Perspektive geht echt klar. Ja, das wird lustig beim Sarraza. Wenn es fällt ein. Auf jeden Fall, bestes Video. Ihr seid unfair. Also Motorradrennen ohne Ego-Perspektive, es geht voll klar. Aber mit... Jetzt würde ich eurem Skill sehen, ladies and gentlemen. Ich finde, das Motorrad lässt sich damit echt leichter steuern. Ja gut, das sehen wir ja jetzt. Oh, die Sanchez. Ah, nur die Sanchez. Das ist noch geiler. Okay, gar nichts. Ja, Sanchez ist natürlich extrem scheiße. Ja, Sanchez ist richtig schwer. Alter, warum machen wir immer so völlig beschreiten Scheiß? Haben wir Auswahl. Da will man einmal easy mit euch eine Runde GTA spielen, weißt du. So, ich bin bereit, Freunde. Na, ich freue mich drauf. Los geht's. Wir sind einer von 30 möglicherweise meth-vernebelten Motorradfreaks. Wusstet ihr das? Ach so, wer ist denn so meth-vernebelt möglicherweise von euch? Herr Benni, wo hast du dein T-Shirt gelassen eigentlich? Oh, wie cool. Ja, wer braucht denn sowas? Vor allem, wenn man so behaart ist. Sind eigentlich nur wir da oder ist doch irgendwer anders da? Ich weiß, ich glaube, der Dain ist auch noch am Stahl. Der startet natürlich gleich ganz vorne, weißt du? Juhu. Finde ich cool. Weißt du, was mir bei dieser Mission nur einfällt? Was denn? Dad. Scheiße, ich will den Helm gerne abnehmen. Der verdunkelt total, ne? Bei euch auch was. Ja, der ist echt dunkel. Bei mir, der ist... Oh, Alter. Oh, Alter. Den ist, Alter. Oh, Alter. Ist das geil, ey. Oh, ich hab einen vorbeigezogen. Ey, das gibt's doch nicht. War es Dain als erster? Das geht aber nicht. Zack. Nein, Holz. Nein, Holz. Oh, 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 oh. Er dreht ja eigentlich auch den Kopf in der Kurve so weit. Ich dachte gerade, wo geht's denn lang? Vollgas, Vollgas. Lasst mich durch, da. Zend mit. Wuuu. So geil. Aber ich muss sagen, dass mit dem Motorradhelm es schon ein bisschen ätzend ist, wenn er so dunkel ist. Wenn man diesen dunkel angezogen hat, da lohnt sich einen, wieder Benni zu holen. Wer ist eigentlich direkt vor mir? Ja, deswegen kriege ich das gar nicht mehr. Niemand. Ist das der Curry? Nein. Ich weiß nicht, wer vor mir ist. Das war knapp. Oder hinter mir. Boah. Alter, das ist schon riesengrohbar. Boah. Wie ist das, nee? Was ist denn da? Boah. Nein. Wie der Däner abgehoben ist. Ne, war das der Däner, der abgehoben ist? Das war ich. Das ist der Däner, der Däner direkt hier. Oh, Kacke. Lutsch mir den Ausbruch. Nein. Das Holz. Lutsch mir das Holz. Das Holz wird zum Verhängnis. Das wird so spannend gleich. Der Benni, der stinkt. Das vernippelt mir die Ansicht. Ich komme nicht an euch ran, da vorne. Der kipps doch gar nicht. Boah, Mann. Das ist auch nicht so ein. Wer fährt denn so assi? Wer fährt denn da so assi? Das bin ich doch gar nicht. Geil, der Benni, echt. Ich hab gar nichts gemacht, Benni. Der Curry schubst. Hey. Was war's denn da, Alter? Wumm, wumm, wumm. Was warst du denn? Boah. Ja. Nein. 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 Das ist doch nicht wahr sein. Geil, 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 geil. Also hiermit, ne. Dennis ist der unfaireste Spieler, den ich jemals gesehen habe. Warum? Ruhe. Du hast mich von der Schwecke abgedreht. Das ist jeden extra Beckram. Der zieht extra durch, damit er uns schön in die Breitseite fallen kann. Schade. Bei The Crew zum Beispiel spielt man ja eigentlich, wie man der Name schon sagt, oh, D-Dani, was war das denn? In The Crew und in Curry, obwohl er mein Teamkollege ist, den dreh ich trotzdem immer mal um. Nur aus Spaß. Da hat sich irgendwer ausgelockt gerade, oder? Ja, ist echt lustig. Hm? Da hat sich irgendwer gar nicht ausgelockt. Wer hat sich denn ausgelockt, Tobi? Bist du noch da? Ja. Ja, alle da, oder? Vielleicht war das D-Dani. Rage quit. Die D-Dani ist noch zu Ende gefahren gerade. Ja. Ja, guck mal hier. Let's do the well. Yo. Was ist das denn? Ja, Gewinner hier, ne? Ja, ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge, oder? Ja. Ja, ja. War doch super. War doch lustig. Hab echt Spaß gemacht. Ja, war cool. Tschüss. Echt. Ciao. Tschüss. Heute gibt's auch keinen Penis. Muschi? Glast? Jetzt hört's aber langsam auf. Muschi Glast.